Hi, wieder recht herzlich willkommen bei den Hardware-Checkern. Wir beschäftigen uns heute mit AMD-Prozessoren, nämlich für den Sockel AM3, dem FX8300 und für den Sockel FM2 Plus, dem Atlon 845. Und das Ganze natürlich in Kombination mit DirectX 12 von Microsoft. Das gibt ja mittlerweile eine Handvoll Spiele. Und wir schauen uns das in einem ganz krassen Vergleich an zu einem Skylake-System mit einem i5-Prozessor, um was es jetzt hier genau geht und natürlich die genaueren Infos und schlussendlich, was die AMD-Prozessoren unter DirectX 12 leisten. Und das hat mich wirklich sehr erstaunt. Dazu mehr im Video. Man kann ja sagen, bei AMD geht jetzt dann quasi eine Ära zu Ende. AM3 Plus geht in den wohlverdienten Ruhestand und mit Ryzen steht natürlich schon das neueste Top-Modell in den Startlöchern. Noch ist es aber nicht so weit, noch geht das Ganze ein paar Wochen. Also machen wir heute mal einen kleinen Test, was man denn mit FX und Atlon 845 so alles reißen kann unter DirectX 12. Und das ist eine ganze Menge, wie wir nachher sehen werden. Kommen wir aber zuerst mal zur Grundproblematik. Mit DirectX 11 hat Microsoft 2009 eine Schnittstelle eingeführt, die deutlich mehr Performance bot als DirectX 10 und dabei auch noch im Laufe der Zeit natürlich deutlich besser aussah. DirectX 11 hatte allerdings nur ein Problem. Das Teil hatte noch einen ziemlich großen Overhead, was die CPU-Leistung anbelangt. Jetzt fragt ihr euch, was ist ein Overhead? Es ist ja einfach so, wenn ihr ein Spiel startet, sendet euer Prozessor Render-Anweisungen an eure Grafikkarte. Natürlich, ihr denkt, ihr wisst es jetzt schon, die Grafikkarte rechnet deutlich schneller als euer Prozessor. Und besonders bei langsamen Prozessoren, die auf Single-Thread-Leistung optimiert sind, ist das Ganze nicht so ein sonderliches Problem. Wenn man jetzt allerdings so ein Design hat, wie zum Beispiel AMD bei ihren FX-Prozessoren, die sind auf parallelisierte Anwendungen ausgelegt, dann fällt da die Performance eben etwas ab. Habt ihr sicher gemerkt, DirectX 11 spielt ein FX gegen zum Beispiel einen normalen i5, sage ich einfach mal. Da hat der FX meistens immer verloren, was die FPS anbelangt. Nicht, weil der Prozessor schlecht ist, sondern einfach, weil die Software dafür nicht wirklich ausgelegt war. Wenn man jetzt das Ganze natürlich in DirectX 12 überträgt, wird man dann in Anführungszeichen ein blaues Wunder erleben, denn das sind die FX-Prozessoren quasi gleich schnell wie i5-Prozessoren, zumindest denen, die ich heute bei mir getestet habe, als auch natürlich der Athlon hier legt kräftig zu. Das ist eine interessante Sache, aber eigentlicher Anstoß für DirectX 12, kann man frech sagen, war die API Mantle. AMD hat die ja vorgestellt gehabt vor ein, zwei Jahren rum. Damals bei Battlefield 4 konnte man die auch schon einsetzen, gab auch noch ein paar andere Spiele dann mit der Frostbite Engine. Allerdings ist das Ganze dann eher wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber schon damals hat man gesehen, Mantle hebt diesen Overhead etwas auf, lief damals allerdings nur mit HD 7000 Karten. Heute mit DirectX 12 ist der Overhead beseitigt worden, das heißt, ihr könnt das jetzt sowohl auf AMD als auch auf Nvidia Grafikkarten ausprobieren. Eine weitere interessante API, die sich jetzt OpenGL bzw. Mantle entwickelt hat, ich nenne es jetzt einfach mal frech, der etwas erweiterte Nachfolger ist Vulcane. Das kommt ja beim neuen Doom bereits zum Einsatz, auch das habe ich mir im Test natürlich angesehen, wie das denn da so ist mit den verschiedenen Prozessoren. Damit man das Ganze natürlich sehr gut vergleichen kann, kommt immer dieselbe GPU zum Einsatz. Das ist hier eine MSI RX 480 Gaming X8G, also ein Topmodell, was es gerade gibt, so für 1080p Gaming. Und im Endeffekt schauen wir uns natürlich dann an, wie sich schlagen sich denn die Prozessoren hier von AMD im Vergleich zu einem, sage ich mal, 200 Euro teuren i5 Prozessor und da kommt einiges Interessantes zutage. Ja, es ist natürlich jetzt interessant, ich habe mir eine Handvoll DirectX 12 Spiele geschnappt, unter anderem Ashes of the Singularity, das neue Hitman, Tomb Raider und natürlich als Vulcane Titel das neue Doom. Das sind es einfach mal vier Spiele, die vergleiche ich jetzt einfach hier mal zwischen AMD und einem Intel, was DirectX 12 und DirectX 11 die FPS-Leistung anbelangt. Wenn ihr mehr Spiele möchtet, andere Werte oder sonst irgendwas und ihr habt Ideen, schreibt mir das in die Kommentare, dann kann ich natürlich noch ein weiteres Video dazu machen oder ich ergänze einfach meinen schriftlichen Artikel. Ja, genauere Infos zu den Testsystemen, die findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich möchte das hier jetzt nicht alles aufzählen, aber ihr habt es ja schon gesehen zum Teil, was hier alles verbaut ist. Und ich würde sagen, werfen wir jetzt einen Blick auf die sehr interessanten Benchmarks. Ja, beginnen wir unsere Benchmarks mit dem Echtzeitstrategietitel Ashes of the Singularity in 1080p mit maximalen Details natürlich. In dem Diagramm seht ihr jetzt oben die drei Prozessoren mit der DirectX 11 API, darunter dann natürlich die drei Prozessoren mit der DirectX 12 API. Und da seht ihr sehr schön, dass die Prozessoren bei Ashes of the Singularity von DirectX 12 sehr stark profitieren. Besonders der AMD FX, der legt hier ordentlich zu und ist dann quasi gleich schnell mit dem Core i5. Das würde ich sagen, ist doch mal eine sehr gute Leistung und so sieht das Ganze hier eben aus. Auch beim Titel Hitman in 1080p natürlich mit maximalen Details. Bringt DirectX 12, sagen wir mal, ein bisschen mehr Performance. Ist jetzt nicht die Welt, allerdings einem geschenkten Gaul schaut man ja bekanntlich auch nicht ins Maul. Und mehr FPS sind ja immer gute FPS. Man sieht hier auch sehr schön, der kleine Athlon profitiert prozentual betrachtet natürlich und in Anbetracht des Preises am meisten von der neuen Schnittstelle. Und so sieht das Ganze eben hier aus. Kommen wir zum Titel Tomb Raider. Auch hier gibt es natürlich schon den DirectX 12 Renderer für das Spiel. Wird per automatischem Update in Steam dann eingespielt. Man sieht hier sehr schön, dass vor allen Dingen schwächere Prozessoren vor allen Dingen von der neuen Schnittstelle wieder profitieren. Beim i5 ist das Ganze jetzt eher, nennen wir es marginal. Ihr habt ein bisschen mehr FPS, allerdings fällt das jetzt hier nicht sonderlich ins Gewicht. Aber nichtsdestotrotz, mehr FPS sind mehr FPS und das sind doch wie immer gute FPS. Kommen wir zum letzten Benchmark. Das ist Doom in 1080p natürlich auch maximale Details mit der Vulkan-Schnittstelle als auch mit der OpenGL-Schnittstelle. Und man sieht hier schon sehr schön, vor allen Dingen durch die Vulkan-Schnittstelle gehen die FPS quasi durch die Decke. Besonders bei schwächeren Prozessoren ist das Prozentualbetracht natürlich wirklich enorm, was da rausgeholt werden kann. Was ich auch noch sehr cool finde, Vulkan setzt nicht zwingend Windows 10 voraus, sondern funktioniert auch wunderbar unter Windows 7. Das nur mal nebenbei erwähnt und so sehen eben die Benchmark-Werte aus. Ja, abschließend kann ich sagen, wir haben es auch gerade schon an den Benchmarks gesehen. AMD lässt unser DirectX 12 mit ihren FX als auch mit ihren Athlon-Prozessoren noch einmal ordentlich die Muskeln spielen. Im Verhältnis dazu, dass natürlich Ryzen in den nächsten Wochen in den Handel kommt, ist das hier nochmal ein sehr, sehr guter Sprung. Was die Performance anbelangt, ihr könnt also auch mit älteren Systemen problemlos Spaß unter DirectX 12 haben. Das ist alles überhaupt kein Thema. Man sieht hier auch, dass AMD überhaupt keine schlechten Prozessoren, was die Leistung angeht, im Portfolio hat. Allerdings, man könnte jetzt frech sagen, sie waren einfach ihrer Zeit voraus. Aber das wiederum wird natürlich die Zeit zeigen. Ich mache natürlich dann gerne auch noch ein paar Updates zu diesem Artikel in Zukunft. Was mich sehr fasziniert hat, das ist die Leistung des kleinen Athlon hier. Der kostet knapp 60 Euro. Der i5 kostet um die 180, 190 Euro. Das ist ein Drittel des i5-Preises. Und auch unter DirectX 12 bekommt ihr mit diesem wirklich spielbare FPS raus. Wenn ihr da noch ein bisschen an die Details etc. dreht, ist da auch noch ein bisschen mehr drin. Das ist vor allen Dingen eine Empfehlung wert für Leute, die einfach noch ein günstiges System suchen und sich da was Schickes aufbauen möchten. Schaut euch mal den kleinen Athlon hier an. Für alle anderen sei gesagt, mit DirectX 12 wird sich einiges ändern. Nicht nur, was wir jetzt schon anhand dieser ersten Spiele gesehen haben, die ich hier gemessen habe. Wie gesagt, weitere Updates zum Artikel folgen. Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, AMD lässt hier nochmal die Muskeln spielen, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und bis dahin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.